Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir sind hier mitten in der Manege vom Zirkus Salto. Und den Zirkus Salto, den gibt es nämlich in Kürze auch in Hagen. Mehr dazu gibt es gleich hier, aber vorher noch mal so ein paar Eindrücke aus dem Programm vom Zirkus Salto. Viel Spaß dabei! Musik Viele, viele spannende Sachen. Also wir haben alles, was ein guter Zirkus so zu bieten haben sollte. Artistische Nummern sind dabei, viele Tiere sind mit dabei, Klaunerie, alles ist mit und alles wird geboten. Und ja, wir freuen uns auf die Hagener, denn wir sind das erste Mal in Hagen. Und wir sind gespannt, wie es so mit den Hagenern wird. Gestalt im Hagen 9000 Euro 9000 Euro 9000 Euro